Kanzler Olaf Scholz sucht in diesen Tagen nach Energie. Nach Energie für uns hier in Deutschland. Energie, die ja nun dringend notwendig ist, um die deutsche Industrie am Laufen zu halten. Seit einem halben Jahr kämpft die Ampelregierung jetzt schon für Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bislang vergeblich die Katarreise von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Im März leider ein Reinfall. Jetzt ist Scholz in der Golfregion. Pflanzt dort aber erst einmal einen Baum mitten in der Wüste. Weil, wie sagte Luther schon, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Scholz sucht also Energiepartner am Golf. Und er lotst tatsächlich ein Schiff nach Deutschland. Immerhin Ende des Jahres, pünktlich zu Weihnachten, soll es ankommen. An Bord rund 140.000 Kubikmeter Gas. Ein erster klitzekleiner Erfolg. Ein einzelnes Schiff. Denn alle wissen, zuletzt flossen aus der Gaspipeline Nord Stream 1 alleine an einem Tag mehr Kilowattstunden als jetzt der gesamte LNGT mit den Emiraten umfasst. Und es geht auch in eine neue Runde im Duell um die Gasumlage. Seit Wochen streiten jetzt schon die Ampelparteien um den Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ab Oktober sollen alle Gasverbraucher 2,4 Cent pro Kilowattstunde extra zahlen, um angeschlagene Gasimporteure vor der Insolvenz zu retten. Jetzt spitzt sich der Ampelzoff um 50 Milliarden Euro weiter zu. Bundesfinanzminister Christian Lindner geht in die Offensive, was er statt Habecks-Murks-Gesetz jetzt plant. Jetzt. Die Gasumlage würde ja die Gaspreise weiter verteuern. Da stellt sich jetzt die wirtschaftliche Sinnfrage in dieser Situation. Ich glaube, wir brauchen wie bei der Strompreisbremse so etwas auch am Gasmarkt. Eine Gaspreisbremse muss schnell und wirksam die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Wirtschaft gleichermaßen entlasten. Daran arbeiten wir innerhalb der Bundesregierung ja auch bereits mit einer Kommission. Und ich werde im Finanzministerium darauf achten und daran arbeiten, dass die Gaspreisbremse nicht die langfristige Tragfähigkeit unserer Staatsfinanzen gefährdet. Die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt steht also. Und über die Gasumlage sprechen wir jetzt bei uns im Studio mit Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Schönen guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Ist die Gasumlage also jetzt Geschichte? Es sieht ganz so aus. Die Gasumlage soll am Mittwoch eigentlich vom Bundeskabinett beschlossen werden. Also in gut 48 Stunden von jetzt angerechnet. Aber wir können, glaube ich, den Countdown jetzt zurückzählen und sagen, nein, das wird nichts mehr werden. Es gibt einfach zu viele Vorbehalte. Und kein einziger Bundesminister steht noch richtig hinter dieser Gasumlage. Von daher würde ich sagen, sie ist tot. Was treibt unser Bundeswirtschaftsminister Habeck da eigentlich für ein Spiel? Also ich meine, letzte Woche verteidigt er noch die Gasumlage im Bundestag. Und jetzt schiebt er dieses Paket Christian Lindner unter und sagt, bitte einmal finanzverfassungsrechtlich prüfen lassen. Ja, es ist ein unwürdiges Schwarze-Peter-Spiel, was wir da sehen. Von Habeck zu Lindner. Und dann auch von Lindner zu Innenministerin Nancy Faeser. Denn, wie sagte der Finanzminister gestern Abend, sie ist am Ende auch diejenige, die das dann verfassungsrechtlich prüfen muss. Also da gibt es drei Minister, die da jetzt diese Gasumlage unter sich ausmachen bzw. deren Begräbnis eigentlich organisieren. Was wir insgesamt sehen, glaube ich, das kann man am heutigen Montagmorgen sagen, diese Bundesregierung steht kurz vor der Kernschmelze. Man hat wirklich den Eindruck, und zwar, wenn man in alle Ressorts reinschaut, die Ministerinnen und Minister sind dieser Krise offenbar, dieser gigantischen Krise muss man auch sagen, offenbar nicht richtig gewachsen. Es fehlt einfach extrem auch an ökonomischem Sachverstand. Was würdest du raten, du hast ökonomischen Sachverstand angesprochen. Sollte die Bundesregierung sich vielleicht jetzt von außerhalb Beratung reinholen? Was wäre dein Vorschlag? Es gibt einige Bundesminister, die das ja machen. Aber wenn wir sehen, wie beispielsweise Robert Habeck sein Wirtschaftsministerium aufgestellt hat, sein engsten Kreis um sich herum, dann muss man sagen, da geht es dort vor allem um Ideologie, aber nicht um Ökonomie. Und das ist für einen Wirtschaftsminister sicherlich das Falscheste, was er tun kann. Es gibt in diesem Land viele, viele auch sehr renommierte Ökonomen, die sich immer wieder zu Wort melden. Beispielsweise Clemens Fuß, den IFO-Präsidenten, oder auch Lars Feld, der ist Berater von Christian Lindner. Und die haben von Anfang an sowohl die Gasumlage für falsch gehalten, beispielsweise aber auch sagen, diese Gaspreisdeckelung, die jetzt kommen soll, ist nicht das Richtige. Sondern viele namhafte Ökonomen sagen, was das Beste wäre, wäre gezielt diejenigen zu unterstützen, möglicherweise nicht nur mit 300 oder mit 1000 Euro, sondern mit noch mehr, die es ganz, ganz dringend nötig haben. Also, das sind gerade Geringverdiener, das sind die sozial Schwächeren oder auch kleine mittelständische Betriebe. Es knirscht nach wie vor jetzt ja auch die Hiobsbotschaft, Strom weg in Deutschland. Das kann in diesem Winter tatsächlich passieren. Die Folge der Energiekrise, es droht der große Blackout. So, und jetzt ist sich natürlich jeder unsicher. Was passiert denn dann genau? Schlussendlich, um den ganz großen Blackout zu verhindern, kann sich unsere regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey, vorstellen, in einzelnen Stadtteilen nacheinander für wenige Stunden die Stromversorgung präventiv abzuschalten. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ja, also, das lässt einen fassungslos zurück. Vor allem haben wir alle noch im Ohr, glaube ich. Und es war wieder einmal der Bundeswirtschaftsminister und viele seiner grünen Parteifreunde, die doch eigentlich uns die ganze Zeit erzählt haben, wir hätten gar kein Stromproblem. Das ist ja wirklich ganz bemerkenswert und interessant. Offenbar haben wir doch eins. Und umso bemerkenswerter ist weiterhin, dass Robert Habeck beispielsweise die drei Kernkraftwerke auch unbedingt abschalten möchte zum Jahreswechsel, was das Stromproblem eher größer denn kleiner machen würde. Was wir hier sehen, das erinnert mich an Länder, in denen die wirtschaftliche Stabilität lange nicht so ist wie in Deutschland. Wir reden über die viertgrößte Industrienation der Welt. Und in der Hauptstadt sollen also jetzt stundenweise dann Haushalte und auch Firmen vom Stromnetz genommen werden. Das muss in jedem Fall verhindert werden. Es riecht nach einem April-Scherz, ist leider keiner. Und wir haben die Berliner Bürger gefragt, was sie dazu sagen, den Strom präventiv abzuschalten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach irgendeinen Stadtteil zu nehmen und für ein paar Stunden den Strom abzustellen. Ich meine, gibt das fairerweise zu machen, glaube ich eher nicht. Also ich finde das ein bisschen extreme Maßnahmen. Da gibt es Kraftwerke, die Sie wieder im Betrieb nehmen können und alles Mögliche. Warum wollen die die Kraftwerke abschalten? Ich kenne das. Ich komme ja aus Polen. Wir haben das schon mal durchgelebt. Das sind nicht schöne Zeiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir alles andere machen, nur nicht das. Ich habe auch gesehen, Sie wollen um 10 Uhr alle Strom ausmachen. Von 10 Uhr bis 4 Uhr. Denken, das ist auch crazy. Wie kann man leben so? Das ist, ja, schafft man das nichts. Was würden Sie dann machen? Gar nicht ins Paddy Game mit meinem Mann. Der Strom-Blackout steht im Raum. Auch wenn die Bürgerinnen sagen, das hoffen wir nicht, dass das eintritt. Was wären denn jetzt die kurzfristigen Maßnahmen, die den Strom-Blackout verhindern würden, Jan? Es geht am Ende darum, dass wir einen wachsenden Stromhunger haben. Und vor allem im Winter natürlich der Strombedarf gigantisch groß ist, einfach weil wir mehr Energie und auch mehr Strom brauchen. Es wird früher dunkel, es wird später hell. Von daher müssen wir alle früher die Lichter anmachen und später ausmachen. Was kann kurzfristig helfen? Kurzfristig kann mit Sicherheit helfen, dass wir die drei Kernkraftwerke, die zum Jahresende vom Netz gehen sollen, definitiv nicht vom Netz nehmen. Kurzfristig kann sicherlich auch helfen, auch wenn es für sozusagen die Luft und den CO2-Ausstoß sehr, sehr nachteilig ist, Kohlekraftwerke zusätzlich ans Netz zu nehmen. Dort sehen wir, dass die Laufzeiten viel zu kurz bemessen sind, derjenigen Kraftwerke, die wieder ans Netz sollen. Also auch da muss man sich überlegen, dass man die Laufzeit verlängert, dass es sich lohnt, Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen können, dass wir einigermaßen stromsicher durch den Winter kommen. Aber, um das einmal noch klar zu sagen, es gibt bei den Grünen so etwas wie eine romantische Vorstellung. Robert Habeck hat selbst ein Kinderbuch geschrieben, da geht es auch um Stromausfälle, da geht es darum, wie schön eigentlich so ein Stromausfall sein kann. Er verwechselt, glaube ich, das Kinderbuch mit der viertgrößten Volkswirtschaft dieser Welt. Das, was schön ist für Kinder, was vielleicht auch ganz kuschelig klingt, das darf in diesem Land nicht passieren. Da hängt einfach viel zu viel dran. Da hängen Krankenhäuser dran, da hängen ganz, ganz viele Arbeitsplätze dran. Da hängt unser Wohlstand dran. Und deswegen, das, was Kinderbuch-Romantik ist, hat nichts im realen Leben hier bei uns zu suchen. Sagt Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Danke dir. Keine.